Oh ja genau, dass ich mich da gerettet habe, oder? Oh, da ist noch einer! Nein! Oh, ich dachte das wären alle. Moin Anna, da draußen schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Runde Destiny 2. Ihr seht schon, ich stehe hier vorm Lord Saladin auf dem Turm und wir machen heute ein paar Runden Eisenbanner. Starten wir direkt meine erste Runde heute, also ich bin noch nicht eingespielt. Keine Erwartung bitte. Unbedingt, dass ich sowieso scheiße bin. Ich spiele Dürresammler, weil ich noch ein paar Granatwerfer-Kälze machen muss, um den Katalysator endlich mal dafür zu bekommen, seit drei Seasons oder so. Dazu noch eine Handfeuerwaffe, gehen wir auf der Solarunterer Weg beim Jäger und hier den schönen Helm, damit ich immer das Radar habe. So, dann starten wir mal rein. Ich hinterlege das Ganze hier ein bisschen Musik und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Ich werde zwischendurch auch ein bisschen was sagen. Natürlich. Jawoll, den ersten haben wir schon erwischt mit unserem Kill. Bin leider dabei auch gestorben, aber scheiß drauf. Das heißt, jetzt müsste ich, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, noch sechs Granatwerfer-Kilz machen. Wir haben erwischt, obwohl es nicht so geplant war, aber hat funktioniert. Perfekt. Erwischt. Also, wo ich immer, auch wenn ich immer sterbe, ist egal. Ich hole dann Kills. Mehr will ich gar nicht. Gerade jetzt in der ersten Runde. Ich mache dann halt für Beute-Züge noch ein bisschen hier Eisenbanner. Ansonsten der Schmelztiegel an sich. Das, was ich eigentlich wollte, würde noch mal erwischt. Oh. 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 Ah, Mist. Ich dachte, ich kann die vielleicht umlaufen, aber die hat in dieser Idee. Das ist einfach Hass, wenn BVP ist. Das ist im Kotzen. Und das jetzt schlau. Oh. So. Oh. Oh. Und hin. Ja, ja, ja. Hey, ja, ja. Der ist einfach noch eingerannt. Oh, das waren ja alle hier, ey. Ach, hey. Naja, haben wir eine Niederlage. Nice. Zwei brauche ich noch, Leute. Zwei. Dann hätte ich den Cut für Dürre-Sammler lang gedauert, ey. Und ich sehe gerade, ich habe hier noch eine Quest mit dem Pulsgewehr, muss ich auch noch machen. Pulsgewehr, super. Sollten wir hinkriegen. Oh, von da unten? Hey, wie hat der mich denn erwischt? Warum hat der keinen Schaden bekommen? Der stand doch direkt drin. Komm schon, Granate. Nein. Äh, was? Komm schon, zwei Kills. Wird drin sein. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Nice. Da war er erwischt. Oh, nein. Mist, der hier oben hat sich wieder gehealt. Nicht so gut, nicht so gut. Das muss nicht abgeschafft werden. Jawohl, erwischt. Perfekt. Dann brauchen wir nur noch einen. Das schaffe ich noch, ey. Das Match geht so schnell vorbei hier. Kann ich zufällig noch einmal bitte reinlaufen, schnell. Ey, ich will nicht wegen einem Kills nochmal ein Match machen. Ey, das gibt es doch nicht. Ach, ist das nervig. Ich hasse es, ey. Ah, ab. Küssen, neckt. Scheiße, das hätte ich gerne hier mitgehabt. Jawohl, da hätten wir den Questschritt erledigt. Oha. Mist, aber noch einer. Oh, jetzt kann ich aber die Waffen wechseln. Äh, mach ich mal schnell. Ich weiß gar nicht, was ich hier reinnehmen soll. Ach, der Bogen soll gut sein. Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich lasse die mal drin. Egal, ich versuche mal den Bogen. Probieren wir den mal aus. Erwischt. Wunderbar. Oh, Mist. Bei der mit dem Bogen, wenn man den Kopf trifft, sollte das eigentlich One-Shot sein. Komplett aufgeladen und Kopftreffer. Ich kann mal wissen und probieren. Oh, ich bin halt nicht so gut im Kopftreffer, ne? Oh, da war einer. Hä? Ich hab den nicht mal gesehen. Habt ihr den gesehen? Ich hab ihn nicht gesehen. Wo denn? Ach, da oben. Gross. Oh, oh. Der war oben, ja. Kann nach oben gucken, aber... Der war schon zu spät. Naja. Super-Countern ist eh super schwierig. Bin froh, wenn ich auch Kills schaffe. Ich hab' pvp. Ah, erwischt. Wenn die schon ein bisschen angehettet sind, dann... Das ist eigentlich One-Shot für mich. Aua. Loy. Der hat da gecamt, Alter. So ein Schwein. Scheiße. B wird grad eingenommen. Zonen gehören euch. Perfekt. Heißt, wir sollten jetzt eigentlich alle... Ach, scheiße. C wird eingenommen. Hab ich. Ey, warum? Jedes Mal, wenn ich meine Super zünde... Ey, kommt einer und ballert mich weg, ey. Das gibt's dann nicht. Was mach' ich falsch? Man sieht, der Bogen ist gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ist gar nicht mal so schlecht. So, gucken wir mal. Gibt automatisch nachgeladen und bessere Handhabe. Ja, okay. Müssen wir bloß ein bisschen der Willen. Zum Glück nicht im Schmelztiegel. Und was wir noch machen können, ist uns mal hier die Tokens abgeben und gucken, was wir rausbekommen. Mir fehlt nämlich, glaube ich, noch... Was fehlt mir noch? Der Kopf fehlt mir noch. Handschuhe hab' ich. Die Brust fehlt noch. Die Brust und der Kopf. Ansonsten habe ich den Umgang, habe ich. So, dann hoffe ich, dass ich jetzt Kopf und Brust bekomme. Das wäre optimal. Arme, super. Was gibt's nicht, ey? So ein Müll. Nix Neues rausbekommen. Nur irgendwelche blöden Waffen, die ich eh nicht benutze. Okay, dann würde ich sagen, wechsle ich mal die Waffen. Und ich nehme mal Schwinge der Wachsamkeit. Hier nehme ich mal rein Rockaholic, weil die einzige Schrotflinde, die ich habe, die ich okay finde. Und dann starten wir nochmal Eisenbahner, denn ich muss mit... Warte mal, ist das überhaupt ein Impulsgewehr? Ja, wunderbar. Ich muss nämlich mit Impulsgewehr natürlich noch 15 Kills machen. Bin ich mal gespannt. In einer Runde werde ich das nicht schaffen. Die Map könnte ganz gut sein für Impulsgewehr. Da bleibt abzuwarten. Könnte mich auch am Rand der Verzweiflung bringen. Kann natürlich auch sein. Auf einen. Er hat mich. Oh, von der Seite auch noch... Was machen meine Kollegen? Die stehen da einfach nur mal in gar nix, oder was? Standen die da auf K rum, oder was? Ach, Leute, ey. Was? Ey. Habe ich echt ein... Ich habe echt vorbeigeschossen. So. Weg mit dir, du Lappen. Gegner hat so eine C beansprucht. Was? Bin ich erwischt? Warte, ey. Nein. Oh, ey. Man kann sich auf keinen verlassen hier. Ist auch zum Kotzen. Guck dir mal die Punktestrand da oben an. So ein Scheiß-Team. Soll ich denn das schon wieder gegen tun, ey? Ja, komm, ey. Hier, die tanzen da auch nur so dumm rum, Alter. Was soll der Scheiß? Ey. Kann ich gleich wieder rausgehen, ey? Das ist ein Scheiß-Team, ey. 96 gegen 11, ey. Leute, ich gucke euch erst an, wie scheiße ich war und bin Zweiter. Da warte ich jetzt kurze Minute und München ein anderes Team kommen, Alter. Zum Kotzen, Alter. Lächerlich. Was? Ne, jetzt ist noch einer erwischt. Wo ich hier in die Meute reinlaufe. Exhal. Was ist er denn? Ein Gegner, ne? Hä? Ey, er ist nicht gestorben. Ich habe den voll in Ladung was nächstes dann hier reingepumpt. Ich habe leider nicht Fellwinters Lüge, deswegen kann ich ihn nicht spielen. Aber das... Der hat nicht gestorben. Das war schon bitter. Habe ich den erwischt? Scheiß, ich habe es nicht gesehen. Ich hoffe, ich habe den erwischt. Ich habe nichts daraus gelernt. Das ist ja... Nein, er ist schon gebrochen. Haben sie so gedacht, dass sie uns hier umlaufen können, ihr Wichser? Oh, keine Muniz mehr. Aktion mehr. Können die uns da holen? Oh mein Gott, ich habe keinen Bock mehr. Boah, alle, oder was? Dann kämpfe Ehrenamt. Komm schon. Habe ich. Boah, er erwischt. Nein! Das war ein Gegner. Ich dachte, ich wäre ein Verbündeter. Das hätte ich vielleicht noch Nahkampf machen können. Oh. Meiner? War da noch einer drin? Auch mein? Ne, das war nicht meiner. Glaube ich. Das war meiner. Das war auch nicht meiner. Schade. Das war meiner. Meiner. War da noch einer? Shit. Zu spät gesehen, dass er die Super gezündet hat. Da fehlt mir das Auge für. Ah, schade. Hätte ich ihn mit dem Messer erwischt. Wäre er doch tot gewesen. Er kommt ja auch aus der Ecke nicht raus. Er ist zum Kotzen. Ich wollte nur einen haben, dann kommen drei Mann um die Ecke. Zum Kotzen, ey. Boah, schnell weg, ja. Dass ich das überlebt habe. Leu. Leu erwischt. Scheiße, ich will mich nicht einfrieren lassen. Shit, schade. Ach, ich wäre halt drin eh. Runtergegangen. Hä? Ich habe den nicht gesehen. Ach man, ey. Hä, wo kommen die denn alle her? Ich laufe einfach rum und sehe einfach keinen. Ist doch lächerlich. Drei Minuten. Näherlagen passieren. Wirklich doch. Ich habe noch zwei Super-Kids geholt, ey. Es ist nur eine Niederlage, wenn du hier von ihr Einhalt gebieten lässt. Das Eisenbahnhof ist da. Ich habe heute noch nicht einmal gewonnen, Leute. Aber ich glaube, es liegt nicht nur an mir. Alter, ich bin in dem Match sogar so... Habe ich mich sogar besser gefühlt als in allen anderen. Und jetzt bin ich am schlechtesten. Also fast der schlechteste. Ey, das ist so unterschiedlich. Das gibt es nicht. Ja, noch vier Impuls-Gewerke jetzt. Und dann nur den Quest wahrscheinlich auch. Ja, habe ich erwischt. Wunderbar. Ich dachte, der kann mich austricksen. Ah, ich hänge hier. Was? Oh Mann, eine Schrotflinte. Ah, ich brauche eine andere Schrotflinte. Leute, empfehlen mir mal bitte eine Schrotflinte. Ich brauche unbedingt eine andere Schrotflinte. Eine, die one-shotet. Vor allem auf der Distanz, Alter. Ich könnte das Ding ins Gesicht pumpen. Er würde wahrscheinlich nicht sterben. Ich habe mich erwischt. Okay, ich habe hier mal Cone. Da war stehen. Ich will wissen, wie du heißt. Cone. Hä? Cone! Toll, jetzt habe ich Cone mich abgelenkt, weil er mir einen Kill geklaut hat. Komm schon, komm schon. Habe ich. Habe ich. Oh, da hätte ich die Quest auch erledigt. Perfekt. Mehr wollte ich gar nicht. Wunderbar. Schön, wenn wir uns vielleicht noch gewinnen würden. Mal zur Abwechslung. Ja, ich kehre dann später zu. Loth Saladin zurück. Habe ich ihn erledigt jetzt? Ich weiß gar nicht, ob er tot ist. Ja, wo ist er? Du darfst dir keinen erzählen, ey. Du wirst doch nicht, was ich machen sollte. Ich habe halt nichts gehabt. Keine Munition mehr für Schrotflinte. Nahkampf. Ich war fast tot. Komm ich auch mal Druck hier? Oh. Nice. Ja, welches habe ich denn abgelenkt? Da konnte Cone ihn holen. Perfekt. Oh, bin eingefroren. Da konnte ich nichts mehr machen. Stase ist einfach scheiße. Jeder, der Stase spielt, hat einen kleinen Schwanz oder eine kleine Brüste. Ich will ja hier konform bleiben. Ja. Ja. Was ist das für eine scheiß Waffe, Alter? Boah, Mäthäus-Linse. Ich habe ja nie auf dem Schirm gehabt. Vorne, rechts. Oh, ja, genau. Oh, dass ich mich da gerettet habe, Alter. Oh, da ist noch einer. Nein. Oh, mir ist leichtfertigen gerannt. Ach, ich dachte, das wären alle. Da habe ich eine Rüchte, ja. Immerhin. So, der kriegt mich nicht nochmal. Blöd, Mann. Ich sehe nichts mehr. Ach, diese blöde Siegbenachrichtigung da. Ich wollte den noch haben. Naja, wir haben gewonnen. Perfekt. Das Ende ist gekommen. So, das Ende ist gekommen. Aber wir gucken nochmal zu Lord Saladin. Wir müssen die Quest noch abgeben. Und wir haben noch Tokens wiederbekommen. Vielleicht kriegen wir noch was. Oh, den Helm. Perfekt. Wunderbar. Und hier können wir noch Tokens abgeben. Und Brust, Brust. Ach, schade. Naja. Zu schön, um Rat zu verleihen. Leute, ich habe es gerade noch gesehen. Ich habe hier doch Eisentribut. Panzerweste habe ich doch bekommen. Da können wir einmal die Gerüstung komplett anziehen. Die Brust finde ich gut. Die Arme auch. Die Beine auch. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das hier. Also, das hier unten finde ich gut. Aber hier oben von den Beinen nicht so. Umhang finde ich hier oben nicht so. Der Helm, okay. Umhang sieht von hinten nice aus. Ich weiß nicht, ob es was ändert, wenn man hier noch andere Shader draufhaut. Ich habe mal auf den Umhang vielleicht einen Shader drauf. Ja, so ist annehmbar. Aber es ist jetzt nicht die schönste Rüstung, muss man einfach sagen. Aber wir haben sie komplett. Wunderbar. Mehr wollte ich gar nicht. Okay, dann gucke ich mal, was ich hier raus zusammenschneide. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich vielleicht noch was verbessern kann. Ansonsten sehen wir uns in dem nächsten Video wieder. Morgen gibt es Feuerprobe des Herausforderhauses Teil 7. Schönen Sonntag noch und reingehauen. Schönen Sonntag noch und reingehauen.